Glamour verbreitet dieser Fiat 500L nicht gerade, in den der Papst bei seinem Besuch in den USA im September 2015 steigt. Neu kostet das Auto etwa 16.000 Euro. Diesen und einen weiteren Kleinwagen hat Fiat Chrysler extra für die Reise des Kirchenoberhaupts hergestellt und daraufhin der Erzdiözese Philadelphia geschenkt. Die Kirchengemeinde will das Auto nun versteigern, für einen guten Zweck. Der Startpreis liegt bei umgerechnet rund 27.000 Euro. Papst Franziskus ist für seine Bescheidenheit bekannt. In Rom wurde er zuletzt in einem Hyundai durch die Stadt gefahren.